so die haben wir auch erledigt speichern das lustige ist dass er sich wahrscheinlich hier ewig auf aufhalten aufhalten ist so und sich dann auch einfach hier relativ problemlos erledigen lässt okay die müssen wir eigentlich nicht hier ziehen uns noch mal um da hinten war gar nicht hin du kannst mal 4 ist falsch so okay dann lassen wir mal leben er rennt da halt immer auf klo ok können wir nämlich mit ihm hier schon mal hingehen jawohl kann man das ganze auch speichern okay dann aiko kann sich schon mal wieder umziehen super das klärchen märchen ja die muss daran glauben das lustige ist jetzt dass also sie hat sich was wollte ich gar nicht naja gut genau du kannst er kann nämlich hier die steine ok dann holst du hier mal so ein ding das ist nämlich total lustig also die denken dann halt das hatten wir glaube ich schon in der zweiten mission war es glaube ich die denken dann das ist irgendwie ein unfall oder so das heißt mit a können wir den also können wir ihn einfach hier raufplumpsen lassen total witzig also es gibt es doch nicht ja genau genau so soll es funktionieren oder muss ja noch alles schauen also ok so vielleicht sollte ich ihn einfach auch ein bisschen der wirft den nicht darunter ich krieg hier die krise warum wirfst du den denn nicht darunter ist der mit dir du kannst sie doch da hinwerfen deswegen macht er das nicht wir machen auch nicht das hat auch so funktioniert oder hat es so gar nicht funktioniert na gut ok dann muss man hier mit aiko halt arbeiten können wir hier in diese naja ich verstehe es nicht egal komm mal hier raus nee die sehen ihn ja auch das ist doch die nicht wie war denn das ich hab das doch aber also ich bin mir ja fast zu 1000 prozent sicher dass ich das so gemacht habe und ich kann ihn ja auch einfach mal ich verstehe es auch gar nicht so macht das so ist eine rote so ach weil er hier hängen bleibt die bücher buch naja ok gut dann jetzt noch mal in und tschüss tako sagt er das funktioniert ach ja die die ja die rote war das war natürlich wieder ein fail von mir hier das war natürlich die flugbahn dort ok ja wir haben hier noch ein paar steine übrig aufrecht gehen ist ja hier in dem spiel immer mit einem kleinen risiko verbunden die frage ist jetzt ach so ja wir konnten wir den hier glaube ich dann lenken wir dich da hier einfach ab ach so ist ja eigentlich ich weiß ich weiß die achte ach so ok die gehen ja da im kreis also das ist eigentlich kein problem längst die ihm ab wo sind die gerade da ok so ne da gehen noch auch beide guck mal her i have a question guck mal her hier geht doch ok ist er sich hier plan in nach dass sie einfach liegen da ok gut dann brauchen wir mugen wir brauchen dich hier hoch zu gehen ist relativ wie soll ich es sagen das ist whisky es ist relativ tricky jetzt denn hier hinten ist der samurai und der samurai lässt sich also von nichts und niemanden aufhalten und verarschen erst recht nicht von aiko und ihrer verkleidung das war natürlich auch so ok das war jetzt gerade eben mal wieder verwandel dich ok ich glaube nämlich am besten ist es wenn man hier rum geht wir werden das ganze hier mal speichern das hier ist eigentlich kein problem ich glaube nicht verdächtig wenn du dich darum treibt ok da oben sind wir doch schon bald fast am ziel aber 1 aber 1 one step dann einmal umziehen bitte bam bling so hier war ja noch kein samurai die können wir alle leben lassen die brauchen wir nicht mal gucken ob es funktioniert nein ach so das war natürlich gleich gesehen dass er sich damit einem unterhält strutmänner lassen sich also von der von ihr hier also überraschenderweise ablenken so den fast aber ich meine wir müssen ja hier auch irgendwo wieder raus dann alle an im animiert ja alarmiert so okay wir müssen ja hier sowieso noch runter gehen kommen wir da oben raus naja okay das ist ja ganz ja gut das bringt mir nichts kann man halt runter oder kann man uns hier hochziehen okay ja das ist ja hier relativ easy oder den haben abquatschen und schnappen naja so oder so ich sollte das eigentlich funktionieren nicht wenn die auf taktik und tschüss tako so das heißt nun kann ja hier denn wieder raus und die beiden schnippen das bürde ist wir können können wir die nicht auch irgendwo mit abwerfen speichern mal okay jetzt kommt da alles klar natürlich werden wir über freien ein stückchen sieger kaffee gut und tschüss so will ich es haben gut dann kommst du hier ist die hier hin okay so jetzt haben wir wer hat mich denn acht die haben mich entdeckt ok auf ihrer runde alles klar problematik ist natürlich da oben siehst du nix wir können mit ihr ach so du siehst den hier ja gut wenn ich kletter ist natürlich klar so sieht er mich ja eigentlich nicht oder ach stand ich wahrscheinlich mit den füßen stand ich also mit den füßen im rahmen das ist ein bisschen aber das macht es natürlich also geschickt platziert hier sind natürlich diese samurai einheiten ganz cool machen das ganze natürlich ein bisschen schwerer ok jetzt mal gucken wir können ja auch rennen könnten ja auch schwimmen übrigens das heißt also hingehen und dann mit dir reden die frage ist reicht das wenn wir jetzt müssen wir mal gucken hier ok wir speichern mal wir stehen beide ganz ganz zufällig direkt mittendrin und die sehen uns nein nein die sehen uns hier auf ihrer route ok ja dann müssen wir aber da müssen wir hier aber richtig gutes timing haben ok sie müssen hier gerade vorbei sie gehen dann muss der da oben hin also quasi jetzt oder reicht das reicht das ich glaube das reicht kommt das kriege ich nie so hin nochmal hier auf jeden fall und gerade vorbei jetzt okay ja ja ich hoffe man ist ich habe immer komm schon ich habe mal sehr schön geschafft toll ok das heißt also wir können ja mit dir hier die range hochklettern oder genau so mal kurz gucken Die Samurais waren also immun gegen Schwertwind, Churiken und Falle, aber gegen diese Nadel hier eigentlich nicht, oder? Doch, gegen die Nadel auch. Okay, also gegen die Nadel sind sie auch immun. Das wird ja ein Spaß hier. Wie sollen wir damit... Das ist ja hier ein... Also, wir können ja... Das ist natürlich... Toll. Die Frage ist nämlich, wie sollen wir sonst... Du siehst ihn ja die ganze Zeit, oder? Du siehst auch ihn. Ja, das ist irgendwie... Irgendwie ist das blöd. Wenn wir den blenden... Warte mal, also pass auf. Wir probieren ihn mal... Also, ganz kurz. So, Shadow Mode. Das heißt, wir filmen mal hier die... Oder auch nicht. Mach der nicht. Ja, wir können ihn also auch nicht blenden. Wir kommen auch hier oben nicht hin, oder? Gut. Wir können den hier... Haben wir irgendwie einen Stein oder so? No. Alles klar. So, und hier oben haben wir halt noch so einen... Blöden Scheißer. Okay, dann hau ich mal hier runter. Okay, was passiert da? Da können wir... Können wir da mit Mugen durchschlüpfen? Das ist die Frage der Fragen. Okay, da bin ich wieder. Ja, wenn er mit ihm schlackt... 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 Können wir dann mit Mugen da... Durch... Heizen. Also, wir können ja... Mit dem grundsätzlich sowieso schon mal hier stehen. Und hocken. Ja. Frage ist halt... Wir speichern nochmal. Können wir... Vielleicht können wir da auch... Können wir... Ja. Es funktioniert. Okay. Also, wir können uns hier vorne verstecken. Die Frage ist, bringt uns das was? Ähm, die sind nämlich auch immun gegen meinen Schwertangriff, ja? Die Schweine. So. Wir könnten mit Uiku den hier unten ablenken und ihn dann versuchen... Zu töten. Das ist doch mal ein Plan. Okay. Gut. Ähm, jetzt müssen wir mit ihr hier wieder mal... Ach, wir müssen so viel warten hier... Ach, was machst du denn da? Alter, spring doch da einfach runter, ey, Karl. Also. Okay. Uiuiui. Okay. Gut. Ach, nee. Ach, nee. Sonst mich da hin? Mhm. Gut. Wir können ja hier... Ja, wir können aber hier außenrum gehen. Wir müssen mit ihr hier außenrum gehen. Also, kleiner Umweg hier. Du kannst... Genau. Du kannst auch sprinten, meine Große. Das heißt, wir können gehen hier runter. Und gehen dann hier in die Höhle. So. Gehen hier raus. Dann können wir uns ja hier frei bewegen. Und ihn ablenken, damit wir dann... Damit uns hier der Samurai nicht sieht. Und wir dann mit dem quatschen können. Das ist doch gut. Den müssen wir ja nur ablenken. Das ist nur der... Lediglich der Samurai. Der stört uns hier. Das heißt hier... Guck mal her. Guck mal. Guck mal. So. Und... So. Sehr schön. Das heißt, wir können jetzt hier mit ihm check hier auch schon hoch. Also, der lässt sich ja da... Äh, weiß ich nicht. Äh... Das heißt hier dann... Komm her. Und... Ich. Und tschüss, Taco. Sehr schön. So. 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 Tja. Also da haben wir also unseren letzten Charakter endlich bekommen. Takuma. Yeah. Der kann aber noch nichts. Ähm, was kann er denn? Takuma kann Leitern besteigen, kann keine Person tragen und er kann auch nicht ins Wasser schlüpfen das ist also das konkret krasse man ist also das konkret krasse gegenteil von also hayato und aiko so gut machen wir jetzt ganz einfach wir sind ja hier immer noch wenn man runter mal wieder mit ihm und längst ihn ab so die frage ist jetzt natürlich welche statue nutzen wir das heißt wenn wir also welche an der acht die da unten an der glocke ok nutzen dann kommen wir kommen wir hier raus perfekt perfekt das heißt wir müssen eigentlich nur eigentlich nur hier schnell dahin laufen warten bis die weg sind das war natürlich total clever also die frage ist kann er überhaupt springen ja kann er ist sogar ziemlich schnell so das heißt wir gehen hier rein oder ist doch eigentlich ganz so du kommst ja auch rein kommen wir hier unten raus aufpassen wie weit geht der geht bis dahin wartet kurz wir würden sieht uns doch gar nicht oder aber der auch nicht oder hier 4 natürlich der alte tata kreis als letztes da könnte ich aber auch hin ja oh i will not miss this place i am curious what are your plans now that you are a free man i had no desire to support lord yapu's ambitions but i will gladly help you end them i will not ask the impossible of you oh do not fear mugen san with the proper tools even an old fool like me can be of use on the battlefield you are a man of many talents takuma san oh too many i'm afraid most bring me nothing but trouble well then let us return to the safe house and discuss the faith of lord yapu ja und das war's schon toll ja damit haben wir alle fünf gepackt wir haben ja keine 55 minuten hier für die mission gebraucht also klopfe ich mir mal auf die schulter zugegebenermaßen wir haben die mission ja schon mal vorgespielt ja in diesem sinne ich hoffe jetzt ein bisschen freude was kann man hier noch machen abzeichen töte nur in verkleidung benutze drei tunnel abkürzungen haben wir gemacht bringe eugen vor ego in den tempel ja gut das ist ja kein problem warum man muss einfach wohl einfach kurz reingehen beschaffe dir die beide verkleidung und der speedrun sehr schön gut ja dann sehen wir uns in der mission 5 beim nächsten mal wieder bedanke mich ganz artig bei euch fürs zusehen entschuldigen mich dafür dass ich etwas übermüdet bin und bis dann ciao ciao Bis zum nächsten Mal.